Und noch ein Super-Trickfilm-Knaller im Megakino. Aufgewacht! Das geht sonst hier nicht ab! Da steigt ne Megasause! Ey, Leute! Absolut abgefahren! Werner, das muss kesseln! Ach, volle Laune, ne? Morgen, 20.15 Uhr, ProSieben. Und nun begeben sich eiskalte Profis auf die Jagd nach diesem Koffer. Jean Reno, Robert De Niro, Roman. Jetzt!